Herzlich Willkommen zur 174. Folge vom Corporal Space-Programm. Und gucken wir uns das nochmal an. Der Testkapsel da laden wir. Und gucken gerade ob Pferzor da drinnen sitzt. Ist er auch. Wunderbar. Dann können wir das Ding auch launchen. Wollen wir mal hoffen, dass wir da besser hinkommen diesmal. Es ist hell draußen, ne? Kann das sein? Ne, doch nicht. Dunkel. Das täuscht den wir gerade im Zentrum. Äh, ja. Gut. Den Hüpper haben wir gemacht. Wir müssen das SS anmachen. Und dann 3, 2, 1, go! Und dann können wir das Triebwerk langsam hochfahren. So, abheben. Dann müssen wir mal ein bisschen drehen. Wo ist eine Einstiegsluke da? Okay. Dann mal nach da. Mal links ein bisschen weiter da rüber. Die Ansicht vielleicht insgesamt ein bisschen darauf ausrichten. So. Ein bisschen Schub weggenommen, weil jetzt sind wir schon ziemlich hoch. Tausend Kilometer. Ja. Na, wir müssen noch nach da. Ein bisschen Schub mehr geben, denke ich. Ne, Schub mehr geben und höher müssen wir. Und abbremsen. Und Fallschirm raus. Ich glaube, den Rest können wir da rüber laufen, Ben. Kommen wir noch da hin. Ja. Vielleicht noch in diese Richtung ein bisschen. Höher. 200 Meter. 80 ist der Unterschied ungefähr. Ja. Und gleich haben wir kein Dinges mehr. So, jetzt ausrichten. Und dann lassen wir uns mal schneller runterkommen. Und das sieht schon mal ganz gut aus. 30 Meter noch. 20, 10. Einfache Geschwindigkeit und dann sind wir gelandet. So, und das ist auch soweit, dass wir da, glaube ich, hinlaufen können. Äh, ja. Dann machen wir erstmal kurz hier den Tag. Oh, guck, da gibt es sogar noch ein paar Punkte hier. Okay, dann ist das ja auch nicht verkehrt. Dann nochmal. Mystery Go. Den hatten wir, ne? Gut. Dann, äh, den Eva hier rausgehen. Und dann, äh, doch, geht runter, ne? Ja, geht. Loslassen. Passt. Da hinten ist der Stein. Dann holen wir da mal hin. So, das hat, was hat der Drado gesagt? Die Shift-Taste wäre es, damit er sprintet. Hat tatsächlich ersprintet. Letztes Mal hat er es nicht gemacht. Oder ich habe mich vertan. Das kann auch sein. Dann laufen wir da mal zügig hin. Gucken, was dieser Stein uns bringt. Oder auch nicht. Vielleicht haben wir auch gleich irgendeine Krankheit an uns. Alien-Krankheiten, die keiner kennt. Okay. Vielleicht kann man auch durchlaufen. Weiß man auch nicht. Kommt eine andere Dimension raus. Könnte auch noch sein, ne? Und Bonhelm kaputt oder was? Okay. Äh, ja. Kann man leider nichts dran machen wollen. Keine Hinschrift dran. Nix. Gut. Ja, die Oberflächenprobe nehmen wir trotzdem noch, weil die gibt noch was. Eva-Bericht gibt es hier aber nicht. Klage stellen wir hier noch auf. Oh, er versucht das. Krampfhaft kann er nicht, weil kein Platz da ist. Okay. Machen wir mal ein Monument, ne? Tafeltext. Schwarz wie die Nacht. Okay. Oh. Ja, das ist die erste Fahne, die wir dann nicht richtig hingekriegt haben. Schwarz wie die Nacht. Schließen. Gut. Ja, okay. Dann haben wir da jetzt kein Ding gehabt. Keine Punkte extra. Wieder zur Kapsel. Obwohl, ja doch, können wir machen. Äh, jetzt sind wir so auf halbem Weg. Da können wir nochmal nach einer Probe gucken, ne? Ne, wir können die nicht, alles klar. Die müssen wir erst loswerden, Ben. Weil die haben wir gerade genommen, ne? Okay. Dann laufen wir mal da hin. 315 Meter. Ist die andere Flagge da? Überall unsere Rakete steht da nicht. B. Wollen wir nur gucken, dass wir da reinkommen. Und das ist hier. Wird. Okay. F greifen. Dann hochklettern. Und B. Dann sind wir drin und haben das gemacht. gut ja dann können wir bohren haben wir keine ahnung wie viele pünktchen noch dazu gekriegt oh 4,6 ist ja auch nicht schlecht das haben wir wieder mitgenommen kein ansehen erhalten so ah ne da wollte ich gar nicht rein fällt mir gerade ein das war falsch zurück wir wollten hier rein weil der hallo geschrieben hatte wir können noch eine 90er prüfung machen ach so wir haben gar keine 90er mehr wir haben schon alles durch hier wir sind schon bei 160 haben 123 geht also nichts mehr das haben wir schon alles erforscht für 90 ja dann die sind dann 300 das heißt wir sind nicht weit weg um das nochmal hinzukriegen ja dann stand noch die geschichte an duna mit einem piloten scientisten hinfliegen landen probe nehmen oder sowas wahrscheinlich mit einem leichten gerät hat er geschrieben der dralo und dann zurück hier wieder landen würde dann so ungefähr 700 punkte bringen ja wenn das landen alle so einfach wäre jetzt würde es mich noch interessieren ob hier hinten irgendwo noch so ein schwatter stein ist wie weit sind die wohl auseinander hier ist aber jetzt nicht raus zu scrollen schade da ist jetzt gerade dunkel draußen da sieht man nix so ok ich weiß gar nicht doch hier haben wir schon alles gemacht oder ich glaube hier haben wir alles gemacht ne ja dann gucken wir mal die missionen dann müssen wir uns flagger nicht anklicken wollen die mission selber mal orbitalstation umlaufbahn um die sonne touristen bewegen erkunde kürbin haben wir jetzt so gut wie jeden winkel von kürbin und erkunden aber da stehen wir noch einfach ok also ein docking manöver sollte man da probieren minmos untersuchen flagge aufstellen zwei touristen befördern dann sind das hier temperaturdinger vier stück in der zahl da jemand retten hier sind das noch veruntersuchungen synchrones netzwerk um minmos ok da ist jetzt nichts interessantes bei würde ich sagen ich archiv hier baue eine neue tasche zum minmos die haben wir angenommen das ist was läuft das kriegen wir nicht zu ende und das haben wir auch glaubt das machen wir auch das läuft auch gut das wäre die docking geschichte ja ne machen das nicht das lassen wir jetzt sein das ist ja schon geklärt ja die duna mission wäre dann noch im raum ne das ding ist ja gar nicht so schlecht hier den wir da jetzt hier gebaut haben ne so als lander die testkapsel kommt hier sogar hoch müsste man jetzt nur ergänzen vielleicht ne für irgendwelche anderen flüge wir haben natürlich auch andere dinge ne die wir sind das tun ohne wiederkehre ist klar minus moon alpha moonanda moon rescue rescue schirmtest testkapsel testrakete test thv weiß ich gar nicht mehr was das war achso wahrscheinlich zehn teile in drei stufen oder sowas zielhalter test ok schirmtest schöne dinge die wir jetzt gar nicht wissen das gut ist oder nicht ne minmus länder sieht denn der aus achso ok riesen ding ne ach die kapsel die wir jetzt drinnen haben das ist ja nur für einen mann und truppen denkens sag schon drallo sagte wir brauchen da zwei leute die wir mitnehmen ne obwohl das die kiste landete auch ne und sollte wieder zurückschaffen oder wie könnte man ja nehmen ne aber die ist zu schwer obwohl die kiste gut ist ne ja müssen wir mal schauen ob wir das mit der machen oder nächstes mal ne mit einer neu gebauten müssen wir mal gucken denke ich das lassen wir erstmal so stehen machen hier ein ende und ja dann würde ich sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder mitschauen würdet bis dann tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020